hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin aus der winterpause zurück und wir legen auch direkt los ich habe direkt ein neues gerät für euch und zwar ein 7 zoll touch display für raspberry pies in meinem fall jetzt noch ein pi 3 ist aber auch kompatibel mit einem pi 4 und zwar von der firma you perfect dieses display wurde mir für das video zur verfügung gestellt also an der stelle vielen vielen dank an you perfect für dieses tolle display ich habe schon mal einen blick reingeworfen und kann nur sagen ich bin schwer begeistert aber ich spanne euch auch gar nicht lange auf die folter sondern wir legen auch direkt los und schauen uns mal an was sich in diesem karton befindet was das display alles mit liefert was es alles kann und im gleichen zug ich habe mir direkt überlegt nicht nur dieses display kurz zu präsentieren sondern ich wollte direkt ein kleines projekt damit umsetzen und zwar habe ich schon länger eine unterputzdose oder so eine kleine verteilerdose in meinem hausflur neben der haustür da sollte schon immer ein display rein ist bisher nie dazu gekommen und genau das machen wir in diesem video dieses 7 zoll touch display wandert jetzt also bei mir im flur in die hauswand und wir richten das ganze direkt als kiosk modus ein heißt hier kommt dann ein browser drauf der standardmäßig direkt startet home assistant aufruft und ich somit bei mir im hausflur ein dashboard von home assistant direkt in der wand verfügbar habe wie das funktioniert was wir dafür alles machen müssen das schauen wir uns in diesem video schritt für schritt an zum thema browser gibt es aber noch eine neuerung und zwar ich war in der winterpause nicht ganz untätig sondern ich habe den dezember und januar dafür genutzt das layout der homepage einmal grundlegend zu überarbeiten eigentlich habe ich von grund auf die ganze seite einmal neu hochgezogen die inhalte übernommen das heißt smart home yourself.de erscheint ab heute im neuen design auf der webseite schaut gerne mal vorbei lasst mal ein bisschen feedback unten in den kommentaren da was ihr vom neuen design haltet ganz besonders hervorheben möchte ich an der stelle unser wiki das heißt der faq bereich wurde drastisch ausgeweitet hier habe ich mich jetzt bemüht einige neue artikel auch direkt mit unterzubringen habt da jetzt auch ein bisschen unterstützung was die artikel angeht von meinen moderatoren vom discord vielen dank an der stelle auch schon mal dafür an euch dass ihr mich da tatkräftig unterstützt das aber nur ganz kurz am rande erwähnt wir legen jetzt hier aber direkt los mit dem 7 zoll touch display von der firma u perfect und packen das ganze jetzt einfach mal aus das display kommt in einer schlichten blau weißen verpackung daher auf der rückseite finden wir die spezifikationen das ganze ist ein 7 zoll touch display mit einer auflösung von 1024 x 600 pixeln es handelt sich dabei um ein ips display mit einer led hintergrund beleuchtung wir haben einen kontrast von 700 zu 1 und ein nettogewicht von 244 gramm das display läuft mit 5 volt benötigt ein 2 ampere usb netzteil dieses ist auch im lieferumfang enthalten aber zum lieferumfang kommen wir jetzt direkt ich würde sagen ich mache das ganze mal auf ja und hier sehen wir jetzt das karton innere wir werden begrüßt von einer kleinen bedienungsanleitung die bedienungsanleitung ist auf englisch aber dadurch dass alles noch mal mit grafiken veranschaulicht wird denke ich mal sollte jeder mit dieser anleitung zurecht kommen denn viel gibt es zu dem display nicht zu sagen wir müssen halt nur wissen wie wir es anschließen müssen und das ist in dieser bedienungsanleitung eigentlich schön gezeigt das display befindet sich in einer antistatik hülle und hat hier auch noch mal eine schutzfolie auf dem touch display aufgeklebt ja so sieht das display dann von hinten aus ihr seht hier auf der seite haben wir einmal tasten um das menü von dem display steuern zu können dann befindet sich hier direkt noch mal die aufnahme für unsere pi's in den unterschiedlichen größen also den pi 3 können wir zum beispiel jetzt hier auf die vier großen montage punkte einfach aufschrauben und auch ein pi zero lässt sich hier unten an den unteren beiden montage punkten fixieren das ganze können wir dann einfach hier an den entsprechenden anschlüssen anschließen und sind sofort startklar schauen wir uns gleich aber auch noch mal schritt für schritt an dann finden wir hier im karton jede menge kabel also man kann wirklich sagen in diesem set sind alle benötigten kabel und alles was ihr so überhaupt für den einsatz braucht wirklich enthalten wir haben hier einmal ein normales hdmi kabel also auf beiden seiten den standard hdmi anschluss alternativ gibt es hier noch dieses hdmi kabel welches auf der anderen seite den ich glaube micro hdmi heißt er anschluss hat dann finden wir hier noch ein usb kabel in der längeren ausführung also ein micro usb kabel um unseren mit strom zu versorgen dann finden wir hier noch ein kurzes micro usb kabel dieses kabel dient dazu den strom vom raspberry pi zu nutzen um das display mit seinen benötigten fünf voll zu versorgen dann gibt es hier noch so ein flachband hdmi kabel also hdmi vom pi geht dann über dieses flachband kabel direkt ans display welches wir auf der rückseite dann halt entsprechend anschließen können das gleiche gibt es dann ebenfalls noch mal mit dem mini hdmi anschluss und dann gibt es hier noch mal so ein usb kabel welches die touchsignale von unserem panel sofort per usb an unseren pi weitergeben kann wie schon erwähnt das 2 ampere 5 volt netzteil wird ebenfalls direkt mitgeliefert und dann werden uns hier noch diese alufüße mitgeliefert diese lassen sich einfach von hinten an das display dran schrauben und dann können wir das display einfach so auf den tisch stellen oder wohin auch immer mitgeliefert werden da auch jede menge schrauben und ein zugehöriger kleiner schraubendreher und ja insofern hat man mit diesem set also wirklich sofort alles was man benötigt in dieser box das einzige was ihr natürlich noch dazu braucht ist der raspberry pi ich würde sagen wir schnappen uns jetzt mal den pi schrauben den mal hinten aufs display und schließen das ganze einmal an und zwar montieren wir als erstes mal den raspberry pi direkt hier auf der rückseite von dem display dazu nehme ich jetzt einfach die mitgelieferten silbernen schrauben so und damit hätten wir den pi auch schon mit dem display fest verbunden heißt jetzt brauchen wir nur noch das usb kabel um die touchsignale vom display an unseren pi zu geben das hdmi kabel welches dann eben das bild vom pi aufs display weiter gibt und die entsprechende stromversorgung muss natürlich auch noch gewährleistet werden das machen wir jetzt auch noch eben schnell fangen wir mit dem usb kabel an dieses kabel sorgt dafür dass wir die touchsignale von unserem display auch am raspberry pi erhalten und das hat eben den vorteil im gegensatz zu dem anderen usb kabel dass es nicht an der seite in irgendeiner form raus steht sondern es komplett auf der rückseite des displays sich nachher befindet und wir es somit auch ja in unser gehäuse am ende hinterher unterbringen können und keine stecker irgendwie am rand raus stehen das heißt dieses kabel stecken wir jetzt einfach hier in diese kleine buchse ein und verbinden dann den usb stecker mit unserem raspberry pi für die bildübertragung habe ich mich auch wieder für die flachband kabel variante entschieden denn auch diese soll natürlich nicht am display rand raus stehen sondern hinter dem display liegen und insofern nutzen wir dieses kabel jetzt um das display signal vom pi an unser display zu übertragen der hdmi stecker muss nachher so rum in unseren raspberry pi und das andere ende muss hier hinter dem hdmi anschluss in diese kleine buchse an unserem display dafür klappen wir jetzt hier die schwarze lasche mal eben nach oben führen dann das display ende mit der schwarzen kabel seite nach oben in den stecker rein und klappen dann einfach die schwarze lasche wieder nach unten einmal vorsichtig dran ziehen ob das ganze auch wirklich hält und hier auf der unterseite befindet sich bereits ein beidseitiges klebeband das heißt hier können wir jetzt einfach die schutzfolie abziehen kleben dieses kabel also auf die display rückseite damit hier auch nichts mehr wackeln kann und stecken jetzt nur noch unseren stecker in den raspberry pi und das display ist verbunden was jetzt noch fehlt ist wie eben schon gesagt das 5 volt kabel um eben die stromverbindung zwischen dem pi und dem display herzustellen dafür ist hier noch dieser adapter mit geliefert worden und den schließen wir jetzt auch noch eben an und zwar kommt dieses kabel einfach hier oben rechts in der ecke unter den lautsprecher und dann müssen wir die andere seite mit den jumper wire nur noch wie eingeblendet am raspberry pi anschließen ja und so sieht das ganze dann fertig verkabelt aus da müssen wir jetzt nur noch strom drauf geben und das system ist eigentlich schon einsatzbereit abgesehen natürlich von der software da kommen wir jetzt zu im büro angekommen legen wir auch direkt los mit der software für unseren raspberry pi und was wir dafür als erstes machen müssen ist wir unsere sd karte vorbereiten das heißt ich habe mir jetzt einen 32 gigabyte sd karte genommen diese in einen sd karten leser gesteckt und diesen an meinen pc angeschlossen um jetzt das betriebssystem auf diese sd karte für den pi drauf zu kriegen laden wir uns als allererstes mal den raspberry pi imager runter diesen finden wir auf der webseite raspberry pi.com hier gehen wir in den bereich software scrollen ein stückchen runter und dann sehen wir install raspberry pi os using raspberry pi imager und den lade ich jetzt hier einmal runter und nach dem download führen wir dieses programm einfach mal aus nachdem wir zur installation zwei drei mal bestätigen mussten landen wir nun im raspberry pi imager und können jetzt hier als erstes auf der linken seite unser betriebssystem auswählen hier wählen wir raspberry pi os other und in dem sich öffnenden unter menü wählen wir dann raspberry pi os light denn für unser vorhaben reicht uns die konsole wir brauchen nicht das vollständige betriebssystem mit desktop oberfläche als nächstes müssen wir jetzt hier noch die sd karte auswählen hier zeigt er mir auch an 32 gigabyte das passt also so und jetzt können wir theoretisch das image schon auf die sd karte flashen ich empfehle euch aber drückt hier an der stelle einmal shift steuerung und x denn das öffnet euch das erweiterte optionen menü und hier haben wir jetzt die möglichkeit weitere einstellungen direkt vorzunehmen das erspart uns nachher einige konfigurationsarbeit auf der konsole am pi als hostname wähle ich jetzt hier einfach mal kiosk als weiteren punkt möchte ich direkt ssh aktiviert haben hier können wir auch direkt ein neues passwort vergeben dann haben wir hier auch die möglichkeit direkt wlan einzurichten das heißt hier können wir direkt den wlan namen und das wlan passwort hinterlegen das ganze speichern wir und sagen jetzt schreiben dann fragt er uns noch mal ob wir uns sicher sind dass wir alle vorhandenen daten auf der sd karte auch wirklich löschen möchten das bestätigen wir dann noch mal mit ja und warten ab bis der installationsvorgang abgeschlossen ist so nun bestätigt er uns dass unser system auf die sd karte geschrieben wurde und wir diese nun aus unserem lesegerät entfernen können das heißt wir nehmen nun die sd karte aus unserem card reader raus platzieren sie in unserem raspberry pi und können diesen nun mit strom versorgen nachdem der pi nun installiert und hochgefahren ist müssen wir jetzt noch einiges auf der konsole konfigurieren da habt ihr jetzt mehrere möglichkeiten entweder schließt ihr eine usb tastatur direkt am pi selber an ich persönlich bevorzuge die variante mit putty denn so habe ich die möglichkeit von jedem beliebigen pc bei mir aus dem netzwerk immer direkt auf die konsole meiner pi zugreifen zu können ein link zum download von putty findet ihr auch noch mal unten in der video beschreibung im putty selber tragen wir jetzt hier unter hostname einfach den zuvor vergebenen hostnamen oder alternativ wenn wir sie kennen die ip adresse unseres gerätes ein auf welches wir verbinden möchten wir haben unser gerät eben kiosk genannt also sage ich jetzt hier einfach mal kiosk port 22 ist der ssh port das ist also korrekt und da wir eben ssh bei der installation schon aktiviert hatten können wir jetzt auch von extern darauf zugreifen also klicke ich jetzt hier einfach mal auf open wir werden bei der ersten verbindung gefragt ob der fingerprint in ordnung ist wir bestätigen das einfach mit ja und jetzt sollen wir uns hier anmelden ich mache den putty mal zum vollbild und der benutzername lautet pi und das passwort ist das passwort was wir bei der installation eben angegeben haben ansonsten das standard passwort wenn ihr kein eigenes vergeben habt wäre raspberry so und hier sind wir jetzt auf der konsole unseres pi und hier geben wir jetzt einfach mal ein sudo leertaste recipe minus config und hier müssen wir jetzt als erstes den overscan deaktivieren dazu gehen wir auf display option bestätigen mit enter wählen anders kennen und hier wählen wir im dialog no somit wurde display overscan compensation deaktiviert der zweite punkt den wir auf jeden fall noch einstellen müssen ist der auto login auf der konsole und das finden wir in den systemoptionen hier wählen wir dann boot auto login und darunter dann den punkt konsole auto login text konsole so und damit haben wir jetzt dafür gesorgt dass unser pi automatisch hoch fährt und das system automatisch angemeldet gestartet wird denn wir haben nachher wenn unser touch display in der wand eingebaut ist natürlich keine tastatur oder keine maus mehr daran und insofern ist ein login an dieser stelle schier unmöglich heißt das system muss selbstständig in der lage sein komplett hoch zu fahren ein login würde dies verhindern jetzt würde ich noch empfehlen sollten wir noch ein update ausführen das ist aber kein zwang das werde ich jetzt hier im video einfach mal überspringen würde ich aber grundsätzlich empfehlen einmal durchzuführen wir verlassen dann das menü und bestätigen die frage nach einem neustart mit yes der neustart trennt die verbindung mit unserem putty also starten wir den putty auch einmal neu tragen wieder kiosk ein wählen wieder open melden uns erneut an ich wechsel wieder ins vollbild jetzt müssen wir als erstes einmal die benötigten pakete installieren damit wir sicher sind dass die repositoris auch aktuell sind machen wir als erstes einmal ein sudo apt update ihr sagt er uns jetzt dass 44 pakete geupgradet werden können also machen wir als nächstes ein sudo apt upgrade das bestätigen wir nochmal jetzt könnt ihr euch erstmal zurücklehnen dieser vorgang dauert ein bisschen länger nachdem unser system nun aktualisiert wurde können wir nun die benötigten pakete installieren und das machen wir mit sudo apt install minus minus no minus install minus recommends und die pakete die wir benötigen wären einmal xserver xorg x11 xserver utils openbox xdo tool und chromium browser das bestätigen wir mit enter bestätigen die installation erneut und warten nachdem wir nun alle benötigten pakete installiert haben müssen wir jetzt dafür sorgen dass unser browser für den kiosk modus auch automatisch startet und dafür müssen wir die openbox auto start konfigurieren und das machen wir mit sudo nano slash etc slash xdg slash openbox slash auto start in dieser datei in dieser datei gehen wir ans ende und fügen jetzt hier die folgenden zeilen ein das müsst ihr natürlich jetzt nicht alles abtippen das müsst ihr natürlich jetzt nicht alles abtippen sondern wie immer findet ihr unten in der video beschreibung einen link zu einer anleitung auf smarthome yourself.de wo ich euch alle benötigten codes nochmal zur verfügung stelle die änderungen speichern wir mit steuerung o bestätigen das ganze nochmal mit enter und verlassen den nano anschließend mit steuerung x nachdem wir jetzt die auto start option konfiguriert haben müssen wir jetzt dem system noch mitteilen welche url er denn überhaupt aufrufen muss das wiederum machen wir mit dem befehl sudo nano slash etc slash xdg slash openbox slash environment auch hier gehen wir wieder ans datei ende und hier tragen wir jetzt ein export leertaste kiosk url gleich und hier müsst ihr jetzt die url angeben die euer browser aufrufen soll in meinem fall wäre es also http doppelpunkt doppel slash 192.168.5.102 das ist die ip adresse von meinem home assistant server und doppelpunkt 8123 denn das ist der port unter dem home assistant läuft auch diese änderung speichern wir wieder mit steuerung o und anschließend enter und verlassen den nano wieder mit steuerung x jetzt müssen wir uns noch darum kümmern dass der x server automatisch startet und dann direkt der cursor ausgeblendet ist denn beim touch screen haben wir keine maus also brauchen wir auch keinen cursor und das machen wir mit sudo nano tilde slash punkt bash unterstrich profile in dieser datei fügen wir die folgende zeile ein auch diese findet ihr wie immer in der anleitung wir speichern das ganze und verlassen den nano auch direkt wieder jetzt ist das system eigentlich schon so weit konfiguriert dass bei neustart unseres raspberry pi automatisch das system in die grafische oberfläche starten würde den browser startet und auch die gewünschte url aufruft jetzt haben wir bei home assistant allerdings noch das problem dass wenn wir unser home assistant von einem neuen gerät aus aufrufen dieser uns erstmal in die anmelde maske schickt das heißt wir müssen jetzt noch dafür sorgen dass unser system sich selbstständig am home assistant anmelden kann dafür editieren wir jetzt noch einmal die auto start von open box ich drücke jetzt hier einfach dreimal cursor nach oben so können wir durch die befehle navigieren die wir bereits eingegeben haben und zwar müssen wir jetzt noch einmal sudo nano etc xdg open box auto start aufrufen hier gehen wir jetzt noch mal ans ende der datei füge jetzt hier mal noch einen kommentar ein und zwar auto login ha und den automatischen login erzwingen wir mit dem befehl sleep 30 beziehungsweise damit warten wir erstmal nur 30 sekunden und anschließend sagen wir exec slash home slash pi slash start unterstrich ha punkt sh und das sorgt einfach dafür dass nachdem das system hochgefahren wurde 30 sekunden gewartet wird und anschließend das shell script start ha im verzeichnis home pi ausgeführt wird wie immer speichern wir mit steuerung o bestätigen mit enter und verlassen den nano mit steuerung x und jetzt müssen wir nur noch das script start ha in unserem pi benutzer verzeichnis erzeugen dazu geben wir jetzt ein sudo nano slash home slash pi slash start unterstrich ha punkt sh in dieser datei fügen wir jetzt den folgenden abschnitt ein und zwar verwenden wir jetzt hier in diesem shell script den befehl xdo tool und das ist ein befehl mit dem wir in der lage sind benutzer eingaben wie maus klicks oder tastatur eingaben von der konsole aus über ein skript auszuführen das einzige was ihr an dem skript von der homepage ändern müsst ist einmal hier dieser abschnitt dein ha benutzer und natürlich auch das zugehörige passwort wenn wir home assistant aufrufen stehen wir schon im benutzerfeld das heißt hier wird einfach mit xdo tool type dein benutzername in das feld eingegeben dann einmal tabulator gedrückt um ins nächste feld zu springen das ist dann das feld passwort dann wird das passwort eingegeben und anschließend die enter taste gedrückt mit den letzten vier zeilen in diesem skript wird noch versucht die login speichern funktion auszuwählen dafür müssen aber auch die koordinaten hier an dieser stelle genau passen dass die maus mit den koordinaten genau über der checkbox steht dass der klick auch wirklich den haken im login speichern fällt setzt könnt ihr mal ein bisschen mit rum spielen aber ansonsten würde dieser abschnitt hier die anmeldung nach 30 sekunden auf jeden fall automatisch ausführen das speichern wir jetzt noch mal bestätigen wieder mit enter mit steuerung x können wir jetzt wieder den nano verlassen und damit ist die installation abgeschlossen und mit sudo reboot können wir nun unser system neu starten so die einrichtung der spis ist abgeschlossen und ich würde sagen bevor wir ihn jetzt einbauen schauen wir uns das ganze einmal kurz an ich habe hier schon usb kabel vorbereitet und das schließen wir jetzt einfach mal hier auf der rückseite an unserem raspberry pi an und hier sieht man jetzt auch der pi fährt hoch hier seht ihr jetzt die home assistant anmeldemaske und jetzt dauert das noch in etwa 30 sekunden bis hier die automatische anmeldung erfolgt die timings habe ich sehr defensiv gestaltet insofern da könnt ihr natürlich noch ein bisschen mit rum spielen um den startvorgang zu beschleunigen und dies lieb zeiten natürlich entsprechend etwas runtersetzen so wie es für eure hardware passt so und jetzt konntet ihr sehen die anmeldung wurde vollautomatisch durchgeführt und hier seht ihr jetzt das dashboard von meinem home assistant das heißt das system funktioniert und insofern würde ich sagen wir bringen jetzt dieses display mal unten in die wand dafür habe ich jetzt hier auch schon so einen rahmen gedruckt auf der rückseite haben wir hier so stifte die können wir von vorne dann mit dem schraubendreher einfach drehen um das ganze zu verriegeln und damit sind wir dann auch schon fertig ich montiere jetzt noch eben das display hier rein und dann sehen wir uns gleich unten im flur bei der montage wieder ein und und Untertitelung. BR 2018 Ja, soviel erstmal zum Kiosk-Modus auf dem Raspberry Pi mit dem Touch-Display von Youperfect. Vielen Dank nochmal für das Sponsoring von diesem Video. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das Projekt. Es war auch absolut stressfrei und ich bin schier begeistert von diesem Display. Also es wird mit Sicherheit nicht das letzte Display von Youperfect auf diesem Kanal gewesen sein. Lasst mich gerne auch mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den Displays haltet. Hattet ihr vielleicht selber schon eins in der Hand und könnt was dazu sagen oder konnte ich euer Interesse dazu wecken? Lasst es mich gerne mal wissen. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!